So, liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Lach- und Schachgeschichten. Wir haben uns vom Konzept her ein bisschen orientiert an Teen Wolf 2. Wird also sicher gut. Bis gleich. Oh, das war schon wieder das Intro. Es geht aber auch immer schnell. Hallo, mein Name ist Jan Gustafsson. Ich hatte zwei Witze vorbereitet, aber ich hatte eben Rücksprache mit dem verantwortlichen Redakteur, Fabian Krane. Und er hat mir einen Witz verboten, weil zu schmutzig. Den anderen Witz, den ich eben schon getweetet habe, hat aber bisher nur sieben Likes. Scheint also doch nicht so der Bringer zu sein. Wobei ich ihn nicht schlecht finde. Also, er geht folgendermaßen. Vielleicht können wir es zusammen ein bisschen ausarbeiten. Ich hab eher so zwei linke Hände. Ich kann echt nichts im Haushalt. Bin absolut kein Fan von Handarbeiten. Und da geht es mir ein bisschen wie die New York Post. Das war eine Version, aber ich glaube, es ist zu kompliziert. Man könnte vielleicht auch machen, ich hab versucht jetzt stricken zu lernen über Corona. Man hat ja viel Zeit, ist viel zu Hause. Aber ich hab gemerkt, dass Handarbeiten meine Achillesfaser sind. Bisschen wie bei Joe Biden im Wahlkampf. Also, ihr seht schon, ich glaube, ich hab schon 80 Prozent der Zuschauer verloren. Mit dieser sehr, sehr guten Pointe, die irgendwie nicht richtig zieht. Und das Thema hat mich schon wahnsinnig gemacht. Krane meinte auch, mach es nicht. Aber der andere Joke war zu schmutzig. Deshalb sind wir hier, glaube ich, alleine, ohne Material, spielen wieder einsam vor uns Schach und reden über irgendwas. Keine Ahnung. Ich hab wieder Dumb Gambit auf Netflix gesehen, wenn ihr über Schach-Content reden wollt. Ich glaube, wir stellen nachher das große Zugzwang-Turnier vor. Was morgen losgeht, das war's tatsächlich. Ich hab nix, ich hab nix. Das hier ist natürlich die Sendung, in der ihr gegen mich den Schach-Großmeister Jan Gustafsson antreten könnt, indem ihr mich herausfordert auf chess24.com. Mein Nutzername ist Jan. Ich fordere mich heraus, chess24 Premium-Mitglieder werden bevorzugt behandelt. Ist ja Business, damit ihr mich hier hingehen lassen. Und solltet ihr ein chess24 Premium-Mitglied werden wollen, könnt ihr mit dem Voucher-Code ROCKETBEANS 40 Prozent sparen. Ich würde sagen, wir fangen einfach an, um diese leichte Awkwardness, die wir ja doch jetzt hatten am Anfang, müssen wir uns nix vormachen, zu überbrücken, ein bisschen Schach zu spielen. Und wir haben einen Gegner, dessen Nutzername sehr, sehr gut zum Thema der Sendung passt. Herr Belanglos oder Frau Belanglos ist hier. Los geht das. Ich spiele Bauer nach E4. Die Gelehrten streiten sich da so ein bisschen, ob Bauer nach D4 oder Bauer nach E4. Es ist eine ähnliche Diskussion wie kurz über lang oder lang über kurz. Man kann beides machen. Ich persönlich bin eher ein Bauer nach D4-Typ, normalerweise im ersten Zug. Es ist ein bisschen sicherer, weil der Bauer da gleich geschützt ist. Bauer nach E4 sehen wir, ist ungedeckt. Der König verteilt diesen Bauer nicht. Hat dafür den Vorteil, dass er diesen Läufer gleich befreit, der hier sofort rausgehen kann, damit man die Kurzhochade schneller realisieren kann. Meistens wird Anfängern empfohlen, zu Bauer nach E4 zu greifen. Ich glaube da nicht so wirklich dran. Ich habe meine ganze lange, ruhmreiche Karriere Bauer nach D4 gespielt. Da hatte ich häufig den Vorteil, eben weil Anfängern immer empfohlen werden, dass sie Bauer nach E4 spielen sollen, dass meine Gegner sehr schnell auf für sie unbekannteren Terrain gelandet sind. Also, man weiß nicht, Bauer nach E4, Bauer nach D4. Macht ihr mit beidem, nix falsch, Bauer nach E4 etwas populärer. Ich habe jetzt hier im dritten Zug den Zugläufer nach B5 gespielt. Die sogenannte Rosso-Limo-Variante, ich weiß nicht genau, warum es so heißt, ist heutzutage ebenso populär wie Bauer nach D4, das sogenannte offene Sizeanisch. All diese Namen denke ich mir nicht aus. Im Schach gibt es echt viele Namen für Quatsch. Bauer nach A6 war, glaube ich, nicht so schlau von ihm oder ihr. Denn ich möchte E auf C6 schlagen in vielen Abspielen. Also mich dazu zu zwingen, nicht zwingend notwendig. So, wenn ich hier noch weiter labere über die Störung, dann habe ich irgendwann noch Zeit verloren. Denn wir spielen ja mit drei Minuten pro Partie. Ihr seht, diese Uhr läuft unerbittlich runter. Ich habe jetzt nur noch eine Minute und 26. Deshalb kommen wir schnell wieder zum Tagesgeschehen. Läufer nach D6 und ich ziehe mal Läufer raus nach B2, um hier den Punkt G7 zu avisieren. So, Chat, was bei euch los? Dienstag, Dienstagmittag, zwölf. Kurz überlang wird gelobt. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, es gab ja vollkommen zu Recht viel Kritik an der ersten Sendung, dass ich halt kurz über Monate gepusht habe, aber dann nicht selber getragen. Und viele Leute haben völlig zu Recht gesagt, du kannst das nicht machen wie hier, keine Ahnung, Charles Manson. Also den Leuten erzählen, sie sollen was machen und es dann selber nicht tun. Geht einfach nicht klar. Und das habe ich natürlich eingesehen. Weiterhin wurde kritisiert, was ich auch verstehen kann, aber ich weiß nicht, ob wir das ändern können, dass das Eingehen in der Sendung doch ein bisschen unprofessionell wirkt. Und dass ich mir wenigstens danach die Hände sauber machen soll, bevor hier irgendwas anfällt. Was natürlich auch ein vollkommen berechtigter Einwand war. Also mache ich das hier. Aber ich habe nur noch 33 Sekunden. Das heißt, ich hoffe sehr, dass diese Handreinigung hier mich nicht die Partie kosten wird. So, ähm, 21 Sekunden. Jetzt langsam muss ich mir ein bisschen Gas geben. Wir haben uns doch verquatscht hier. Hm. Hey, hey, hey. Belanglos opfert seinen Turm, um hier noch ein bisschen Zeit rauszuschinden. Das klappt natürlich zeitmäßig, hat mich zwei Sekunden gekostet. Aber es kostet ihn auch einen Turm, der ja nach gängigen Berechnungen fünf Eiskugeln wert ist. Also ein zweischneidiges Schwert. Boah, aber wenn ich nicht langsam mal anfange hier besser zu pre-moven, dann wäre das nächste Mal heute. So, Jan, konzentrieren. Nicht gleich die erste Partie verlieren. Und dann noch wegen dieser ganzen Mätzchen, wegen dem arroganten Erklären am Anfang. Und belanglos sagt, nee, das kann ich nicht mit ansehen. Ich gebe mich geschlagen. Was soll das denn belanglos? 15 Sekunden? Kannst du doch kämpfen. Hier war noch alles drin. Ich denke, es war 60-50-Situation. Also, da musst du auf jeden Fall versuchen nach C schlicht D4. Ich weiß nicht, ob ich das noch geschafft hätte. Ohne Spaß. Also, niemals aufgeben in so einer Situation. Vielleicht war einfach nur nett von dir belanglos, weil du meintest, ja, er hat ja hier allen möglichen Quatsch gemacht. Dann wollen wir ihn nicht gleich bestrafen. Aber, hätte ich nicht gemacht. Hätte ich nicht gemacht. Nicht zu fair sein, immer versuchen zu gewinnen belanglos. Alles gut. Und dem Chat hier, dem Chat hier macht auch keiner was vor, ne? Also, man kann euch hier keine 60-50-Situation unterjubeln. Denn hier können fast alle nicht nur dreistellig zählen, sondern sogar noch weiter. Habt ihr recht, habt ihr recht. Jojo fragt, Jan, spielst du auch gegen absolute Noobs? Ich spiel absolut gegen jeden, der hier ankommt. Bevorzuge halt die Leute mit der schicken Krone, die nämlich Chess24 Premium-Mitglieder sind. Denn damit Chess24 mich hier hinschickt, in das ferne Rocket Beans-Hauptquartier, dann sagt die Leute auch, wie toll die Chess24 Premium-Mitgliedschaft ist. Zugriff auf alle Videoserien. Dies, das, jenes. Und wir spielen das Damen-Gambit. Populäre Serie im Moment. Das hier, wenn wir genauer sein wollten, ist es die Chigurin-Verteidigung gegen das Damen-Gambit. Damen-Gambit basiert darauf, dass Weiß diesen Bauern nach C4 stellt, Schwarz diesen Bauern schlagen könnte. Aber wie häufig im Schacht der Begriff Gambit impliziert. Klar, es kommt irgendwie aus Italienischem, dem Gegner ein Beinstellen, dass es Absicht ist und eine Art Falle ist. Komischerweise ist es im Schacht nicht so wörtlich zu nehmen. Und ein Gambit heißt häufig auch, dass es jetzt keine unmittelbare Falle ist, sondern eher eine langfristige Investition. Was ja beim Beinstellen, glaube ich, nicht so der Fall ist. Es sei denn, es ist irgendein teuflischer Plan dahinter. So, Bau nach C4. Maxis lehnt das hier ab mit Bau nach E6. Ist ein grundsätzlich guter Zug. Er stabilisiert sein Zentrum. Hat aber den Nachteil, dass er seinen eigenen Läufer hier auf C8, so heißt das Feld, einmauert, der jetzt nicht mehr so schnell in die Freiheit gehen kann. Der Hauptzug wäre stattdessen hier Läufer nach G4 zu stehen. Aber ich will nicht wieder denselben Fehler machen wie eben und mich verquatschen, dann keine Zeit mehr haben. War eben auch ein bisschen vergeht. Das kam dazu. Sondern diesmal wird sowas von auf Leistung gespielt. Gegen Maxis. Domi Pepsi sagt, wisst ihr, was geil wäre, wenn der Großmeister live verliert? Ja, ich gebe mir alle Mühe, aber wenn er belanglos einfach aufgibt, was soll ich tun? So, Maxis macht das hier alles vernünftig. Spielt die kurze Rochade, den Läufer raus, dann kurze Rochade. Das ist immer wichtig. Den König hier über den Turm springen zu lassen oder andersrum, damit dieser Turm gleich ins Spiel kommt. Dame nach C2. Ist so ein bisschen so ein Wartespiel, so ein Chicken. Wie heißt das? Game of Chicken? Ich möchte diesen Läufer nicht ziehen, diesen Läufer hier, bevor er nicht diesen Bauern geschlagen hat. Denn wenn ich den Läufer zöge, könnte er diesen Bauern schlagen mit Tempo. Und ich bräuchte zwei Züge, um hier zurückzuschlagen. Mit Tempo heißt, wer würde mich zwingen, noch mal meinen Läufer ziehen zu müssen? Daher versuche ich abzuwarten mit halbwegs nützlichen Zügen. Ob er nicht vielleicht freiwillig schlägt, damit ich mit in einem Zug hier zurück schlagen kann. Boah, ich langweil mich selber mit dieser Erklärung. Helm, lass uns über irgendwas Interessantes reden. Was ist bei euch los? Was läuft so in Funk und Fernsehen? Seid ihr auch ein bisschen auf Trash-TV-Inzug? Das ist mein großes Problem. Sommerhaus der Stars ist vorbei. Letzte Woche ist schändlicherweise, muss man ja sagen, die neue Bachelorette-Folge nicht veröffentlicht worden. Wegen Länderspiel. Ich glaube, heute spielt Deutschland oder irgendjemand. Deshalb müssen wir jetzt eine weitere Woche auf Bachelorette warten. Aber es hat mich ganz schön, ganz schön runtergezogen. Und ich habe versucht, dieses Loch in meiner Seele, kann man glaube ich sagen, zu füllen, indem ich den Platz zwischen dem Fernseher und mir versuche, noch mit noch mehr Bildschirmen auszufüllen. Ich weiß nicht, wer es bei euch ist. Ich habe hier diese Smartwatch. Dann habe ich mein Telefon. Ich sage euch hier vielleicht nicht zu viel. Ich habe auf jeden Fall ein Telefon. Dann habe ich ein E-Reader. Dann habe ich ein iPad. Dann habe ich einen Laptop. Und ich versuche, die alle zwischen mir und dem Fernseher zu postieren, um möglichst schnell zwischen Screens wechseln zu können. Ich habe eigentlich das Gefühl, dass ich noch ein Screen vom Glücklichsein entfernt bin. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, welcher das ist. Aber irgendwie habe ich es noch nicht ganz erreicht. So, König nach F8. Jetzt kann ich hier einzügig Schachmatt setzen. Einmal mitdenken, lieber Chat. Google Glasses werden vorgeschlagen. Bima wird auch vorgeschlagen. Bima habe ich tatsächlich auch, muss ich zu meiner Stande gestehen. Aber nicht im selben Raum wie den Fernseher. Dame H8. Ist Schachmatt, der König kann nirgends hin entweichen. Wir hatten hier vorher eine relativ typische Konstruktion nach meinem Zugläufer nach D3, wo diese Dame und dieser Läufer eine sogenannte Batterie bilden. Damit den Bauern auf H7 attackieren. Denn die Dame ist jetzt vom Läufer geschützt, wenn sie er landet. Und da muss Schwarz unbedingt Gegenmaßnahmen ergreifen. Also hier zum Beispiel Bauer nach F5 spielen, um diese Verbindung zu unterbrechen. Dann ist der schlechter, hat ein Bauern weniger. Aber es wäre noch alles drin gewesen. Ähnlich nach Bauer nach G6. Aber nach Turm D8 war es hier. Wie man in der Branche sagt, Schachmatt in zwei Zügen. Dame schlicht H7. König F8. Und wie wir gesehen haben, Dame H8. Matt. Also im Prinzip zwei Fehler von Maxis. Der eine ist hier nach meinem Bau nach A3, wo ich gelaget habe über dieses Abwarten, die das hier ist. Springer nach E4 kostet ihn einfach ein Bauern. Wenn wir hier einmal abzählen am Ende. Ich schlag den Läufer. Er schlägt zurück. Ich schlag den Springer. Er schlägt zurück. Soweit alles gleich. Aber jetzt kann meine Dame diesen Bauern schlagen. Und da kriegt er nichts für. Also hat die ganze Operation ein Bauern oder eine Eiskugel, wie man in der Fachsprache sagt, gekostet. Das ist ein ernster Nachteil. Noch kein völlig entscheidender, gerade auf Nicht-Großmeister-Niveau. Aber das war der eine Fehler. Und der andere dann, wie eben gesehen, Nachläufer D3. Nicht das Matt hier parieren. Jojo sagt, nur zwei Sterne für Tenet auf Letterboxd. Erklärung bitte. Ja, weiß ich auch nicht, ob das korrekt ist. Man muss natürlich sagen, dass Tenet von den Action-Sequenzen her, von den Showwerten, von den Outfits auch. Also ich denke, die Outfits sehr unterschätzter Teil an Tenet. Gerade dieser Look-Polo-Shirt und der Anzug halte ich fast für das Kurzüberlang des Tenets. Also, dass da einiges geht. Christopher Nolan hat es auch wieder geschafft. Wie heißt hier? Francesco? Wie heißt er? Patterson. Der Twilight-Typ. Hat es geschafft, dass der Typ genauso aussieht wie er. Was ja auf jeden Fall immer eine wichtige Rolle ist. DiCaprio war es in Inception. Robert Pattinson heißt er, ne? Sorry, ich stand mal wieder auf dem Schlauch. Wie dem auch sei. Also, es war ein guter Film drin. Es hätte ein Killer-James-Bond-Film werden können. Oder im Prinzip The Night Manager in Langen. Aber es hat mich derart wahnsinnig gemacht. Dieser ganze Zeitschwachsinn. Und das Konzept der... Nee, ich hab's in Erdenfilm nicht verstanden. Das Konzept der Inversion. Und wir tun so, als würde es Sinn machen, dass ich eine derart negative Reaktion hatte. Also, mein Bewertungssystem ist dann natürlich gemessen an den Erwartungen an ein Christopher Nolan. Dies, das, jenes. Und jetzt zweieinhalb Punkte heißt bei mir meistens... Ja, war... Dies, das hab ich schnell wieder vergessen. Während weniger als zweieinhalb Punkte heißt, der Film hat irgendeine Reaktion getriggert. Und ich hatte halt ne extrem negative Reaktion. Auf Tenet. Auch im Nolan-Kontext. Weil ich finde, es wird immer schlimmer mit seinem Zeitfimmel. Und guckt an, wie schlau ich bin hier. Mit die Zeit dreht sich links rum, rechts rum. Dies, das, jenes. Digga, Christopher Nolan, als ob du jünger wärst, jenes. Du kannst uns einiges erzählen. Also, Tenet hat mich sauer gemacht. Deshalb zwei Punkte. Man könnte drei oder selbst dreieinhalb absolut genauso argumentieren. Wegen schöner Showwerte. Und wenn er einfach ein... James-Bond-Film gemacht hätte, ohne diesen Zeitquatsch, wäre ich sofort mit dreieinhalb Punkten für dieselbe Handlung dabei gewesen. Aber so hat er für mich einfach sauer gemacht. So, wir spielen eine weitere Schachpartie. Ähm... Gegen... Liam Noel. Ich bin mir übrigens darüber im Klaren. Ich weiß nicht, ob darüber im Klaren. Aber ich finde auch, dass das Format sich schnell abnutzen kann, wenn ich hier nur, in Anführungszeichen, sitze und gegen Gegner gewinne, den ich ja doch recht hoch überlegen bin. Ich bin immer noch nicht sicher, wie wir das Ganze spannender machen. Also, da brauche ich auch Feedback. Wollt ihr mehr Schacherklärung? Springer nach F3. F3 verzögert das Damen-Gambit den Zug Bauer nach C4. Das hat manche Vorteile, auch manche Nachteile. Aber jetzt mit Bauer nach C4 greife ich zum Damen-Gambit. Und es wird erst durch diesen Zug Bauer nach C4 zum Damen-Gambit. Nicht wie fälschlich in der... Ebenso betitelt die Serie schon nach erstens D4, wo erstens D4 als Damen-Gambit bezeichnet wird. Das ist aber das Damen-Bauern-Spiel. Ich weiß, es ist langweilig. Aber in der Schachwelt sind wir extrem pingelig mit solchen Geschichten. Was mich bei der Serie, nach der hier auch schon ein paar Mal gefragt wurde, Damen-Gambit allerdings nicht so doll geschüttert hat. Man muss es ganz klar sagen, aus Schach-Nordsicht überwiegt eindeutig das positive Schachwert. Sehr, sehr vernünftig und respektvoll behandelt. Ich rede von der Netflix-Serie, das Damen-Gambit, falls ihr sie noch nicht gesehen habt, wo es um eine junge Schachspielerin geht in den, ich glaube, Anfang 50er-Jahren. Die dann, ja, ich will nicht zu viel spoilern, aber die eine große Schachkarriere macht in den 60ern. Und die Schachszenen sind gut gemacht. Es basiert auf realen Partien. Viele davon erkennt man auch als Nerd. Und auch die Beschreibung der Schachszene ist sehr, sehr gut gemacht. Ich kann mir viel wiedererkennen. Natürlich bin ich jetzt nicht in den 50er, 60ern in den USA aufgewachsen, aber von der Schachszene, wie es so ist, auf den großen Turnieren, wie es in der Zeit vor dem Internet war. Das fand ich alles sehr gut gemacht. Ich konnte mich auch so ein bisschen reinversetzen in diese Faszination, die ich auch hatte, so als, sagen wir, 13-Jähriger, wenn es das Größte ist für dich. Oh, am Kiosk ist die neue Schachzeitung. Die arbeite ich jetzt erst mal durch. Also diese Spaß am Wissen aufsaugen, der auch in dem Charakter von Beth Harmon so ein bisschen mit drin war. Ich habe hier nach C schlicht D4, um ganz kurz zum Geschehen zu kommen, Turm nach D1 gespielt, um diesen Bauern zu fesseln. So nennt man das. Dieser Bauer kann jetzt nicht wegziehen, denn dann hätte ich die Dame geschlagen. Hat Lianuel aber auch richtig gemacht. Und jetzt nehmen wir den Bauern wieder zurück. Zurück zu Queen's Gambit. Also es gab, wie gesagt, die paar leichte, aber wirklich sehr, sehr leichte gerade im Vergleich zu, wie Schach sonst dargestellt wird. Kritikpunkte, also eher so Kleinigkeiten an Accuracy. Zum Beispiel, dass sie sagen, Match statt Game. Im Schach sagt man nicht Match, sondern auch Game auf Deutsch. Die Analogie wäre, man sagt nicht Spiel, sondern man sagt Partie. Das sind also Kleinigkeiten des Sprachgebrauchers, was mich nicht wirklich gestört hat. Aber was mir aufgefallen ist, viele der gerade männlichen Charaktere sind zu nett. Was natürlich erst mal gut ist. Und ich glaube auch, vielleicht helfen wird. Eins der großen Ziele, was die Schachwelt seit Jahrzehnten natürlich haben, ist mehr Frauen in die Schachwelt zu kriegen. Bei organisierten Spielern, Spielerinnen, ist die Quote, glaube ich, immer noch so kaum. Also drei Prozent Frauen, was nach meinen Berechnungen nicht so viel ist. Ideal wäre da natürlich wieder so ein 60-50-Verhältnis. Also daher könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht auch bewusst ist oder vielleicht auch dem Schachspiel helfen kann. Dass es alles relativ nett dargestellt ist. Aber leichter Spoiler, wenn einige der männlichen Stars gegen Beth Harmon, so heißt die Protagonistin, verlieren und dann ihr Applaus geben, sich verbeugen, ihr die Hand küssen. So was hat man in der Schachwelt, ich glaube, wirklich noch nie gesehen. Und vielleicht könnte man argumentieren, das wäre doch schön, wenn es so wäre. Für mich, ich fand's eher ... Oh, und hier, Sprenger schlägt E4, Liam Noel. Könnte ja einen Trick haben, hier muss ich kurz nachdenken, aber es funktioniert, aber nee, funktioniert. Ah, es könnte funktionieren. Kommen wir gleich zu. Ich fand es eher störend, weil Leute, die so kompetitiv sind, wie, keine Ahnung, die Stars, die da spielen sollen, wenn die eine Partie verlieren und dann Applaus klatschen. Das passt ja für mich nicht so zusammen. Ansonsten, die Handlung ist halt, ja, so relativ typische ... Oh, und er hat's gesehen hier, ein Schachfuchs vor dem Hernden. Ähm, relativ typische Sportfilmhandlung, würde ich mal denken. Also, erste Erfolge, dann ... Ja, private Probleme, Kampf mit in dem Fall. Keine Ahnung. Ähm, Substanzen. Und dann am Ende, ich möcht's nicht verraten, aber vielleicht gibt's am Ende Triumph oder Failure. Wer wird das schon sehen? Also, ich kann's empfehlen, gerade ... Oh, der Turm ist weg. Ich schieb alles auf Beth Harmon. Diese Partie sieht ziemlich hoffnungslos aus für mich. Ähm, ei, ei, ei. Ähm ... Also, wo war ich? Ich kann Damen und Gumbit auf jeden Fall empfehlen. Empfehlen. Es ist gut gemacht. Ich denke, es wird auch ... Wer hat ein paar Preise gewonnen? Keine Ahnung, denn ... Die Showwerte sind sehr schön, wie die 50er, 60er dargestellt werden. Anja Taylor-Joy macht die Hauptrolle super. Ich fand's nicht so dramatisch. Und ich hatte aus meiner Schach-Nerd-Sicht halt ein paar leichte Kritikpunkte. Im Großen und Ganzen kann man's aber gut weggucken. Und man kann, glaub ich, auch viel lernen über die Schachwelt. Was ich auch tun sollte, denn ich habe hier vorher übersehen, tatsächlich, nach meinem Zugläufer nach D3, dass dieser Läufer in der Lage ist, von G5 diesen Turm auf C1 zu schlagen. Und habe jetzt Haus und Hof weniger. Ich hatte hier mit Dame H5 versucht, einen billigen Trick anzubringen. Denn wenn Schwarz irgendwas ziehen würde, könnte ich meinen Springer hier hinstellen mit Schachgebot. Nach G schlicht F, Dame schlicht H7, Schachmatt. Aber dieser Plan wurde durchkreuzt mit Läufer nach H6. Und jetzt ist die Gesamtsituation für mich ziemlich hoffnungslos. Ich habe einfach einen Turm und einen Bauern weniger, was im Eiskugel-Count. Sechs Eiskugeln zurück sind. So zwei sind meistens schon spielentscheidend auf höherem Niveau. Also ziemlich chancenlos. Aber ich werde natürlich schlechter Verlierer, der ich eben bin, mich hier noch nicht freiwillig geschlagen geben. Sondern sowas von weiter kämpfen für die verlorene Sache. Serial Killer, lustiger Username, Serial Killer, sagt, ich spiele Schach nur in der Badewanne. Wie machst du das? Hast du so ein schwimmendes Schachbrett? Power nach F6, er fällt auch nicht auf meine dämonischen Ideen hier rein. Was soll ich denn dann tun? Ich werde wahrscheinlich versuchen, in bekannter Manier auf Zeit zu gewinnen. Er hat noch 42 Sekunden, wie wir sehen können. Was gerade bei längerem Nachdenken. Liam Newell will natürlich jetzt auch nicht diese einmalige Chance sich nehmen lassen, gegen den großen Großmeister zu gewinnen. Und kaum lobe ich ihn. Da begeht Liam Newell einen ernsten Fehler. Lässt diesen Bauern auf H7 ungeschützt. Ist zu seinem Glück noch nicht spielentscheidend. Aber gibt mir wieder ein kleines Fünkchen Hoffnung. Wenn ihr euch fragt, warum ich... Fragt ihr euch wahrscheinlich nicht, ne? Ich sag's euch trotzdem, warum ich mir eine Dame geschlagen hab. Nicht mit dem Läufer. Sekunde, ich erklär's gleich. Ich muss hier kurz überlegen, wie ich noch eine Weile überlebe. Bis ich auf Zeit gewinne. So, Läufer E4 sollte reichen. Er kann mit Dame nach C7 Schachmatt drohen. Hier auf H2. Aber dann zieh ich den Bauern einen Schritt vor. Parier das Matt und sollte mittelfristig gewinnen. Hier riskiere ich das? Nee, das riskiere ich nicht. Das wäre zu gefährlich. Ich erklär's euch gleich. Ich hätte diesen Läufer schlagen können, aber hab es, ich glaube, weise nicht getan. Dame schlägt A2. Na komm, drohen wir mal was. Die A0. Und Matuschka. Hey, 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 das war mehr als knapp, denn ... Hm. Mir diesen Turm schlagen ... Passieren mir relativ selten solche Übersehen. Oft mal passieren sie. Also, das Ding war, dass ich diesen Läufer nicht schlagen kann, weil dann Dame schlägt G2 Schachmatt wäre. Das war mir klar. Ich wollte daher den Läufer wegziehen. Dachte, ich bin schlau, greife mit dem Turm die Dame an. Und wenn die Dame sich irgendwo hin verzieht, wo dieses Nr. nicht mehr da ist, dann schlage ich den Läufer. Aber Läufer schlägt C1 echt nicht in meinem Blickfeld. Und normalerweise hätte ich mich hier sofort fair geschlagen geben sollen, was ich natürlich nicht getan habe. Dann durch Läufer nach G5 habe ich wieder eine leichte Chance gekriegt. Hier, ich hätte mit dem Läufer schlagen können. König H8, Läufer G6. Aber ich kann auch den Läufer dazwischen ziehen. Habe hier kein Mat gesehen, das habe ich jetzt nicht gemacht. Und nach Dame schlägt H7. König musste nach F7 einziges Feld. König in die Ecke, damit er mir keine lästigen Schachs geben kann. Hier war noch ein Moment, auf den ich kurz eingehen wollte. Hier hätte ich diesen Läufer schlagen können, was ich nicht gemacht habe, wegen Turmschlägt H2. Ein Turmopfer. Und wenn er das gesehen hätte, was er natürlich nicht weiß, König schlägt H2, Dame H4 Schach, König G1, Läufer E3 Schach. Alles einzige Züge für mich. König F1, Dame F2. Wäre ich Schachmatt gesetzt worden? Und das hätte er, wenn er es dann gemerkt hätte, auch in der kurzen Zeit noch machen können. Und mich matt setzen. Deshalb habe ich sicherer gespielt und so am Ende. Ich habe ihn auch matt gesetzt, aber ich hätte auch auf Zeit gewonnen. So, heiße Kirsche, vielen Dank für die Partie an Liam Noel. Liam Noel, bedankt sich, vielen Dank, vielen Dank. Ich konnte nicht alles lesen, weil der Chat schon weitersprengt, aber das klang nach warmen Worten. Danke dir. Humo Sapiens sagt, Jan würdest du merken, wenn dein Gegner ein Schachprogramm zur Hilfe nimmt? Ja, ich merke es gefühlt in 98 Runden. Ich merke es eigentlich immer oder ich habe immer einen starken Verdacht. Ich sage es meistens nicht, sondern hülle mich irgendwie in passiv-aggressive Worthülsen wie, oh, er spielt aber großmeisterlich. Und oh, das ist aber wahnsinnig stabil, alle 4,8 Sekunden Zug zu machen oder so. Aber ich merke es und gebe es dann an unsere Betrugsabteilung weiter. Denn im Schach ist das absolut das Schlimmste aus Mase. Nicht das Schlimmste. Messerstechereien sind noch schlimmer am Schachball. Aber in der Realität das Schlimmste, was man machen kann, mit Computerhilfe spielen. Weil es halt, ja, den Ruf des Spiels unterminiert. Und es muss halt auch ein bisschen dieses Grundvertrauen sein, dass der Gegner ehrlich spielt, gerade mit unserer heutigen, modernen Technik. Wenn diese Angst sich einschleicht bei Schachtturnieren, dann hat das alles keine Zukunft. Old Snake sagt, erinnert sich nicht an die Schachmesserstecherei 1979. So, dann sieht das aus. So, spielen wir noch ein bisschen weiter. Ich glaube, um 13 Uhr kommt heute der große Fabian Krane, um uns eine kleine Vorschau zu geben auf das Zugzwang-Turnier, was morgen beginnt. Ich glaube, morgens 12 Uhr mittags. Ich freue mich sehr. Ist lustig. Ich freue mich auch, mit dem ebenso großen Etienne Gardet wieder kommentieren zu können. macht mir immer sehr, sehr viel Spaß. Also, wir haben ab morgen 12 Uhr mittags jeden Tag Zugzwang. Ich weiß nicht, ob das Teilnehmerfeld schon publik ist oder ob Dr. Krane uns das gleich vorstellen wird. Ich bin auf jeden Fall heiß wie Frittenfett. Ähm, diese Partie gegen Glurak 2000. Bin ich so heiß. Ich möchte dir da gar nichts vormachen, Glurak. Ich bin seltsam gleichgültig dieser Partie gegenüber. Ich versuche hier im Zentrum Raum zu gewinnen. Bauer in die Mitte überschreitet die sogenannte Demarkationslinie. Weiß jemand, was das heißt? Warum nennt man sich einfach Mittellinie? Keine Ahnung. Im Schach heißt es Demarkationslinie. Der Gefahr, wie ich die Serie Damengambit fand, habe ich eben schon lang und breit drüber gesprochen. Also, im Großen und Ganzen gut. Ich glaube, es ist nicht so ein völliges Lovefest bei mir wie beim Rest der Schachwelt, wo ich häufig so ein bisschen das Gefühl habe, oh, ich spiele Schach. Es gibt eine von der Kritik gut bewertete Serie über Schach. Das heißt, die Welt akzeptiert mich endlich. Ähm, also, ich fand's gut. Es ist eine klare Guck-Empfehlung. Es erklärt einem auch viel über Schach. So, dramamäßig. Ja, fand ich's okay, aber nicht so, dass ich jetzt unglaublich mitgefiebert hätte, weil ich fand das Ende die ganze Zeit relativ absehbar. Aber um die Zeit und auch die Schachwelt, ich glaube, zu dieser Zeit relativ akkurat darzustellen, war's auf jeden Fall. Schönes Ding. Und natürlich schön für Schach. So, hier haben wir eine sogenannte Binuni-Struktur. Binuni ist ein Begriff aus dem Kaplan, tschechischen, ich sag mal tschechischen, stimmt wahrscheinlich, ne? Ähm, und bedeutet Sohn der Traurigkeit. Das heißt so, weil diese Störungen meistens recht traurig sind für den Schwarzspieler, der mit dieser Schwäche auf D6, so heißt das Feld hier, zu kämpfen hat. Und irgendwie aktiv dafür spielen muss. Was nicht so leicht wird. Ich hab meinen Sprenger hier an den Rand gestellt, um ihn weiter zu spielen auf das Feld C4, von wo aus er diesen Bauern auf D6 schon mal in Augenschein nehmen würde. Laudan fragt, wie findest du Baywatch? Meinst du die Serie oder den Film mit The Rock? Ich bin natürlich mit der Serie aufgewachsen. Wir hatten ja damals nichts, ne? In den, wann war's, frühen 90er? Also da war hier Baywatch Sat.1, Samstagnachmittag, schon ne große Geschichte. Noch deutlich vor David Hasselhoff als Michael Knight. Weil Baywatch halt auch mehr Slow-Motion-Sequenzen hatte. Ähm, was den Film angeht. Der Film wurde ja, ich glaube, recht hart kritisiert. Hat so, keine Ahnung, was wir da haben, 10% auf Rotten Tomatoes. Ich fand den Film super. Also, der Baywatch-Film mit The Rock und wie heißt der andere? Zac Efron, ähm, ist absoluter. Ah, ich merke mich nicht zu weit aus. Der Film ist schon sehr, sehr schlecht. Aber ich fand's lustiger. Ich fand, das war so ein Film, den man ironisch, weil wir machen ja alles ironisch. Kein Mensch macht irgendwas, ernsthaft, hoffe ich jedenfalls. Weil wir wollen ja nicht zu sehr von uns selber preisgeben. Aber ironisch konnte man den Film nun wirklich super gucken. Also, klare Empfehlung von mir. Baywatch, der Film. Und ich glaube, man weiß auch, auf was man sich da einlässt, wenn man den guckt. Und Emperel, hier, schon auch ein alter Mann zu sagen, sagt, wir hatten ja damals nichts außer dem Quelle-Katalog und Baywatch-Serie Otto-Katalog noch. Ich mobilisiere jetzt diesen Freibauern. Bauer nach D6. Er stellt sich da vollkommen zurecht in den Weg, der gute Glurak. Und ich muss jetzt gucken, wie ich den Freibauern irgendwie noch weiter vorgepusht kriege. Mir fällt aber nichts ein, also ziehe ich erstmal meinen Springer zurück. Wie üblich müssen wir auch einen Blick auf die Uhr halten. Weil hier ein Damen-Gambit im wahrsten Sinne des Wortes von Glurak schenkt die Dame her. Kannst du nicht bringen. Ex-Schmolleck sagt, ich gucke Rocket Beans TV. Nur ironisch. Riecht gut. Ich trage auch nur ironisch kurz überlang natürlich. Du willst hier wirklich noch kämpfen, Glurak. Du hast eine Dame weniger gegen den Meuster. Aber er drückt hier nochmal auf die Tube. Es wird nichts helfen. 15 Sekunden sind hier tatsächlich mehr als genug. Das ist hier keine Tobi-Escher-Situation. Glurak, hier gibt es keine Hoffnung mehr. Und bei Glurak läuft die Zeit ab. Buscolino sagt, Quelle gibt es gleich nicht mehr. Quelle-Katalog, ja, da habe ich auch lange nichts von gehört. Weiß ich gar nicht. Oder gibt es noch, oder? So. Beans Plan sagt, das ist jetzt auch nicht das Grüne vom Ei. Das ist ein Tobi-Escher-Zitat. Oh, ich habe gestern einen Eiwitz gelernt. Ich denke, den wollt ihr alle hören. Ich glaube, er ist auch nicht besonders schmutzig, sodass auch Fabian Krane dabei wäre. War aber auf Englisch, ne? Funktioniert er auf Deutsch? Ne. Why do French people only eat one egg for breakfast? Because in French one egg is enough. Ist nicht von mir, ist nicht von mir. Ist auch, na, so mittelgut. Ähm, und man braucht natürlich auch fortgeschrittene Französischkenntnisse. Ähm, wo habe ich den, wahrscheinlich, Trial of the Chicago 7 war der Witz, ne? Habe ich gestern geguckt. Ich glaube, da, da habe ich ihn entnommen. Und ich trau mich hier mal an, die ganz harten Jungs, an Mr. Z. 2353, das ist schon nach Hause mal. Ich spiel Pferdchen raus. Pferdchen raus ist so häufig verwandt mit Bau nach D4. Es hat in manchen Varianten gewisse Vorteile, wo man sich noch nicht drauf festgelegt hat. Ähm, in manchen Varianten auch gewisse Nachteile. Ich spiel im Zweifel meistens Pferdchen raus, Sprenger in der F3. Oder diesen D-Bauern in die Mitte. Aber kann man machen. Wie Pfarrer Assmann. So, Läufer E7. Das ist das klassische, heute sehr Damen-Gambit-lastig, abgelehnte Damen-Gambit. Ist eine etwas Leguan-mäßige Eröffnung. Schwarz stellt sich erstmal bis hinten rein, aber auch sehr, sehr solide. Ist eine Eröffnung, die man häufig in den ganz großen Matches sieht. In den WM-Matches. Wo die Schwarzspieler sich dann sagen, heute spiel ich's mal safe. Warum nicht dat jute alte Damen-Gambit? So, Läufer nach D3, Läufer nach B7. Das sieht alles noch recht gängig aus. Bau nach C5. Jetzt muss ich mich entscheiden, wie ich diese Struktur hier in der Mitte festlegen möchte. C schlicht D5 kam in Frage, D schlicht C5 kam in Frage. Dame irgendwo hinziehen kann auch in Frage die Struktur, so lassen wir sie es. Aber ich entscheide mich für diese Struktur, die interessant werden könnte. Christian X nennt man das doch Match. Nee, Match ist ... Ah, ich sollte klarstellen. Match ist ein Weltmeisterschaftskampf, also eine Begegnung über mehrere Partien. Also wenn jetzt zum Beispiel Magnus Carlsen gegen Caruana spielt im Weltmeisterschaftsmatch 2018, dann heißt Match sind die zwölf Partien, die beide gegeneinander spielen. Wer danach gewonnen hat, hat das Match gewonnen. Aber eine einzelne Partie ist Game. Also ein Match besteht aus 12 Games. Ihr wisst, wie ich mein. Ist jetzt nicht besonders wichtig, aber ist was, woran man sich als Schachpurist aufhängen kann, solche Kleinigkeiten. So, ich spiel hier, nur damit ich euch einen weiteren Fachbegriff erklären kann, C schlicht D5. Und wir haben jetzt die sogenannten hängenden Bauern. Nicht zu vergessen mit den hängenden Türmen. Oder ich weiß nicht, was euch in euren schmutzigen Fantasien noch so hängendes einfällt. Sondern die hängenden Bauern heißen so, weil sie im Moment nicht von Bauernkollegen gedeckt werden. Das heißt, sie können ein bisschen zur Schwäche neigen, können aber auch gefährlich sein. Denn sie haben durchaus aggressives Potenzial. Hängende Gärten wird bestätigt. Läufer B1, ich spiele relativ dämlich. Hier muss man auch mal in der Fernseher sagen, nach Läufer nach A6 jetzt müsste ich wieder zurück nach D3. Denn dieser Läufer würde mich sonst Material kosten. Also keine Glanzleistung bisher von mir gegen Z. Und Z ist ein starker Spieler. Das heißt, ich muss wahrscheinlich irgendwann die Konzentration noch weiter hochfahren. Wenn das so möglich ist. Vielleicht hier so tunnelmäßig. Und da kommt er schon mit seinem Läufer A6 angenervt. So. Wir haben die Läufer getauscht. Grundsätzlich ist es okay für mich, hier Figuren zu tauschen. Denn diese hängenden Bauern haben es lieber, wenn mehr Figuren auf dem Brett sind. Je mehr Figuren verschwinden, desto eher können sie zu Angriffszielen werden. Was wir jetzt auch sehen können. Ich könnte hier schlagen und dann versuchen, diesen Bauern zu schlagen. Der nicht mehr so leicht zu verteidigen ist. Ja, 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 ja. Aber du gefragt, woher wusstest du, dass er tauscht? Wusste ich nicht. Aber ich habe hier doch, ich habe einen Pre-Move gemacht. Das heißt, der Zug, ich habe den Zug im Vorhinein gemacht. Und mein Zug macht ja nur Sinn, beziehungsweise nur legal, wenn er tauscht. Also bereitet man sich im Prinzip auf die Eventualität vor. James Keaton fragt, warum ist Spanisch besser als Italienisch? Meinst du die Schachöffnung oder die Sprache? Also ich persönlich finde Italienisch ein bisschen melodischer. Ich kann aber nicht gut Italienisch. Ich spreche Spanisch wegen meiner schweren, schweren Kindheit auf meinem katalanischen Fischerdorf. Italienisch kann ich nicht, wobei mit Spanisch kann man ein bisschen was verstehen. Aber ich vermute, du meinst die Eröffnung. Und da ist es im Moment gar nicht klar, ob Spanisch besser ist als Italienisch. Da streiten sich gerade die Gelehrten. Früher galt Spanisch immer als die kritische Eröffnung. Aber Italienisch hat ein großes Comeback gemacht. Ich kann es gleich, wenn die Partie vorbei ist, einmal auf dem Brett zeigen, wovon wir sprechen. Aber im Moment ist es nicht klar. Er ist wirklich gefragt, ob das hier eine Aufzeichnung ist. Ja, müssen wir aufzeichnen, weil ich halt, und das denkt Fabian Krane wirklich, er wird es gleich leugnen. Aber er denkt, dass ich mein wirres, querdenkerisches Gedankengut nicht lange genug verstecken kann für eine Live-Sendung. Deshalb hat er gesagt, okay, kannst du den Schachkram machen, aber wir müssen schneiden können. Deshalb ist es leider nie live. Ich versuche, da mir noch mehr Vertrauen zu erarbeiten. Aber die Regie behauptet, ich wäre live, aber ist natürlich alles jetzt Teil dieser ganzen großen Intrige. Sie wollen es euch denken machen, dass hier den Leuten vor der Kamera die Freiheit gelassen wird zu sagen, was auch immer man möchte. Aber Krane wird da sowas von mit dem Rotstift durchgehen durch die Sendung. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So, was die Partie angeht, ich habe zwischendurch zwei Bauern gewonnen, werde jetzt einen zurückverlieren, hauptsächlich wegen enormer Dummheit. Aber ich versuche ein bisschen um diesen Bauern zu kämpfen. Er drohte, damit schlicht E4 zu spielen. Und ich spielte Tor mehr eins in der Hoffnung, dass er nicht schlagen würde. Das wäre zu kompliziert, weil ich das hier jetzt alles ausführe. Also, ich hatte die Hoffnung, dass er nicht schlägt, aus Angst vor Sprengern nach F5 Schach. Aber es funktioniert leider nicht, wegen Dame schlägt F5, Turm schlägt E8, Dame nach B1 und ich weiß, Schachmatt gesetzt. Wer möchte, kann das versuchen hier, mental wie Matteo, einmal durchzugehen, warum es nicht klappt. Deshalb muss ich schweren, schweren Herzens in dieses Endspiel gehen und hier tauschen. Jetzt habe ich einen Bauern mehr. Er hat gewisse Chancen auf Unentschieden wegen des aktiven Läufers. Aber mein Mehrbauer sollte ja schon der entscheidende Faktor sein. So, jetzt behauptet, ich würde hier auf den Chat eingehen, deshalb müsste es live sein. Aber es sind natürlich alles Bots. Es ist alles vorgeplant, geskriptet. Wie soll es denn auch sonst gehen? Ich kann auch nicht hier Chatfragen beantworten und gleichzeitig auf diesem unglaublichen Niveau Schach spielen. Das würde einfach nicht klappen. Oh, ich spiele auch echt wieder schlecht, alter Lachse. Bauern nach A4 war sehr dämlich, das zuzulassen, denn dadurch entledigt er sich einer seiner Schwächen und hat jetzt echt extrem intakte Remieschancen. Ich hatte gedacht, ich kann den Bauern schlagen, weil dann konnte er erlaufen nach C3 spielen. Also das war mal wieder gar nichts, muss man sagen. Oh, es ist, ich hatte ja, wie ihr bestimmt wisst, selten mit mir selber, aber das ist schon unterhältisch, wie ich das hier gespielt habe. Alter Lachs. Alter Lachs ist die schlimmste Form der Selbstkritik, die ich in der Lage bin zu äußern. Es ist echt nicht schön. Es ist einfach nicht schön, was ich hier mache. Ich werde auf Zeit gewinnen. Aber macht mich das glücklicher? Bisschen. Also macht mich glücklicher, als wenn ich auf Zeit verlieren würde. Aber nicht so glücklich. Ich bin mit der Gesamtsituation ja unzufrieden. Hm. Na komm, gib her den Bauern. Jetzt geht's leicht von der Hand, aber auch nur, weil hier ZSKA Moskau keine Zeit mehr hat. Ah ja, da fallen sie die Bauern. Und Z gibt sich geschlagen. Vielen Dank für die Partie. Pizzaexe sagt, Jan wäre ein richtig guter Lehrer, egal in welchem Fach. Ja, ich glaube nicht in Kunst. Also, wie gesagt, hier, Handarbeiten, die zünden bei mir nicht. Die Jokes nicht. Die Handarbeiten auch nicht. So. Weiter geht das. Wie beteiligen wir noch? Zehn Minuten bis zur Wärmung. Alles klar, können wir doch hier noch schön einen wegschachen. Ach so, ich wollte Spanisch-Diaginisch-Vergleich zeigen. Ihr habt völlig recht. Ich hab echt ein Gedächtnis wie ein, wie ein Goldfisch. Aber vielleicht können wir es hier auf dem Brett sogar machen. Vielleicht haben wir Glück und er spielt Spanisch oder Italienisch. Diese Eröffnung entsteht nach Bau nach E4, Bau nach E5. Dieser Komplex nennt sich die sogenannten offenen Spiele. Springer nach F3, auch der beste Zug hier, greift diesen Bauern an. Und jetzt nach Springer nach C6 wäre Läufer C4 die italienische Eröffnung. Ein Fall weiter, Läufer nach B5, die spanische Eröffnung. Er spielt Läufer nach C4. Das sogenannte Italienisch galt jahrelang als ein bisschen belächelte Anfängereröffnung. Solide, aber nicht besonders spannend, weil die Leute halt beigebracht kriegen am Anfang. Hier Läufer raus, Springer raus, kurze Hochhade. Und Läufer nach B5, ein Fall weiter, galt immer als die Königsdisziplin. Aber zuletzt hat Läufer nach C4 wieder ein großes Comeback gemacht. Teilweise, weil die Weltelite sich Nachläufer B5 ein bisschen verehrt hat und da keine großen Fortschritte mehr machen konnte, weil es so weit angeschaut war. Teilweise, weil Nachläufer C4 viele neue Ideen gefunden wurden. Meistens in dem ganz langsamen System hier mit Bau nach D3. Springer nach C3 ist ein Fehler. Ein Fehler ist stark, aber ist eine Ungenauigkeit wegen eines kleinen, kleinen Tricks, den Schwarz hier hat. Ich spiele Springer schlicht E4. Er wird wahrscheinlich zurückschlagen, aber dann spiele ich Bau nach D5, attackiere gleichzeitig zwei seiner Figuren, den Läufer und den Springer, hole mir damit die investierten Eiskugeln zurück. Springer sind ja drei Eiskugeln, Bauer nur eine. Ich werde die zurückkriegen und gleichzeitig meine Stellung befreien, sodass Schwarz hiermit all seine Probleme löst. auch nach D5 und er spielt Läufer schlicht D5. Wieder eine leichte Ungenauigkeit. Besser wäre hier, Läufer nach D3 zu spielen, um den Läufer zu behalten, anstatt des Springers. Jetzt verliert er den Läufer. Grundsätzlich, gerade in so offenen Störungen, sind Läufer etwas stärker als Springer. Sie sind langschrittiger und können hier mehr Felder kontrollieren. Es kommt immer sehr auf die Situation an. Es gibt auch viele Fälle, wo ein Springer einem Läufer überlegen ist. Aber Other Things Being Equal sind Läufer eine Idee stärker. Kurze Rochade. Ich glaube, ich versuche hier Lion King HH gleich unter Druck zu setzen mit Springer nach D4. Ist vielleicht nicht der beste Zug. Wahrscheinlich wäre es ein bisschen umsichtiger gewesen. Erstmal die Figuren auszuziehen. Läufer nach E7 und kurze Rochade. Was ich auch neuen Spielern immer raten würde. Erstmal alles entwickeln und dann hier in den Infight. Ist immer verlockend, am Anfang zu viel Action zu machen. Hier dachte ich, die Gelegenheit wäre vielleicht günstig. Weil ich mithilfe dieser Fesselung ihn gleich nerven kann. Bin aber nicht sicher. Lion King HH, was bedeutet das? König der Löwen Hamburg. Heißt das, du bist ein Fan des Musicals oder was? Seid ihr Musical-Freunde? Ich war echt nicht in vielen Musicals auch. Ein Thema, was bei mir zu Hause mit meiner Frau sehr, sehr viel verhandelt wird. Wobei die Verhandlungen meistens an meiner Unwilligkeit scheitern. Sie würde gerne sich den ganzen Lachs angucken. Hier, König der Löwen kam. Was es noch so gibt hier in Hamburg City. Mich interessiert alles null. Ich habe, ich glaube einmal, als ich in Vegas war, war ich in einem Musical The Producers von Mel Brooks. Was ja, als sehr, sehr lustig gilt. Selbst das fand ich wenig Story. Sie singen die ganze Zeit. Also, es ist nicht, nicht mein Genre, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich da eines Tages vielleicht noch mit zunehmender Reife irgendwie zu Musicals zu schätzen lernen werde. Ich vermute es nicht. Ich habe mir auf Disney+, oder wo es läuft, Hamilton reingezogen, was sie alle so abfeiern. Selbst das hat man nicht angemacht. Irgendwie, es ist nicht mein, meine Schongel. Wobei, Hamilton, vielleicht die Musik, okay. Also, es ist jetzt auch nicht, eine Weile gab es ja diesen Hype. Ey, der krasseste Hip-Hop aller Zeiten ist Hamilton. Ich weiß nicht, ich sehe selten Leute so casual durch die Stadt cruisen und dabei Hamilton-Musik spielen. Book of Mormon, ja, da wäre ich vielleicht nochmal für zu haben, weil die South Park-Jungs, eigentlich alles, was sie machen, bin ich am Start. Übrigens, werdet ihr gesehen haben, ihr seid ja auch Nerds, machen wir auch mal nichts vorher. Aber Team America, World Police. Aktueller denn je. zieht euch das rein. So, hier, Lion King, Hamburg City, hält gut dagegen, muss man sagen. Nach anfänglichen Wacklern hat er jetzt hier gut gekämpft. Mit Bauern nach F4, diesen Läufer angegriffen. Jetzt mit Sprengern nach G3, den König ein bisschen stabilisiert. Wieder den Läufer angegriffen. Aber ich habe die Situation noch im Griff. Dame nach G6, griff diesen Bauern an. Den schnappe ich mir jetzt. Sein König ist immer noch etwas wackelig. Also, alles im grünen Bereich. Turm nach G5, vorhin mit der Dame, hier oder so. Er greift die Dame an mit Turm nach G5. Gehen wir weg, komm. Das ist Schach. Hat er nicht gesagt. So ist auch ein weit verbreiteter Irrglaube, dass man auf Schachturnieren, wenn man den gegnerischen König angreift, Schach sagt. Macht kein Mensch, macht kein Mensch. Also, das wird zu Hause gemacht, wenn man die Regeln lernt, wenn man mit seinem Faller spielt. Da wird gesagt, Schach ist auch immer so ein bisschen triumphaler Moment, wenn man seinem Faller Schach setzen kann. So war es auf jeden Fall bei mir. Aber auf Schachturnieren sagen wir nicht Schach, wenn wir den König in Schach setzen. Da geht man davon aus, dass die Leute das schon raffen, dass der König eingriffen ist. So, ich greife jetzt das Türmsche an. Der geht weg. Greifen wir nochmal. Kehr ich nix. Das wäre wahrscheinlich hier ganz rüber schwenken. Aber ich lasse ihm keine Ruhe. Bauern ziehen ja bekanntlich gerade, schlagen aber schräg. Nerven den Turm hier. Gefällt übers Brett. Und so viele Felder hast du gar nicht mehr, oder? Kollege Turm, ich frage noch einmal. Ich glaube, so langsam gehen dir die Felder aus. Wer gefragt, berührt geführt, auch fürs Mouse-Over-Hovern auf Chess24 gilt. Nee, im Online-Schach gibt's kein berührt geführt. Was es aber gibt, ist, wenn man den Zug gemacht hat, dass es dann kein Zurücknehmen gilt. Es gibt mal hier Seiten, die so eine Take-Back-Funktion haben, wo man sich drauf einigen kann. Ich glaube, auf Chess24 gibt es das nicht. Aber ich finde auch, Schach soll einen ja auch lehren, Verantwortung für die eigenen Entscheidungen zu übernehmen. jedenfalls sagen das irgendwie immer die Schach-Werbe-Broschüren, die wir so rumgeschickt kriegen. Und deshalb finde ich es ganz gut, dass man hier auch merkt, Entscheidungen haben Konsequenzen. Digga, du hast den Zug gemacht, kannst nicht zurücknehmen. Kannst knicken. So, ähm, Lion King, Hamburg City gibt sich geschlagen, denn dieser Turm war tatsächlich jetzt gefangen in der Mitte des Brettes. Kann nichts mehr. Äh, Salah, Salah Madin sagt, sagt man Gade, nee, Gade bedeutet Schach der Dame, wenn man die Dame angreift. Aber das sagt man noch weniger als Schach. Ich glaube, Gade sagt man nicht mal im Hausgebrauch. Ich glaube, selbst Etienne Gade, wenn er mit seinem Sohn spielt, sagt nicht Gade. So, Partie ist beendet. Wir haben noch anderthalb Minuten bis in die Werbung. Und anderthalb Minuten zu überbrücken, einfach so mit Blödsinn reden, wird für mich sehr, sehr schwer. Ja, das bin ich gewohnt. Denn ich hab wenig Go-To-Themen, wie wir wissen. Ich sitz zu Hause mit Frau, zwei Kindern, verlass selten das Haus, außer um hier hinzukommen. Und hier sitz ich da ja auch alleine. Außer einem Herr Krane gesellt sich zu mir, der aber meistens sehr, sehr beschäftigt ist somit. Redaktionskonferenz, dies, das, jenes. Mir verbieten meinen sehr guten Beth Harmon-Wortwitz zu machen. Und also auch hier hab ich viel Blödsinn, den ich vor allem nicht alleine anreden muss, was nicht leicht ist. Was hab ich gestern gemacht? Ich hab Trial of the Chicago 7 gesehen. Aaron Sorkin-Film ist zu empfehlen. Kann man sich sehr, sehr gut angucken. Typisch Aaron Sorkin, ein bisschen überspitzt und die Dialoge sehr pointiert und so weiter. Aber gut gemacht, der Judge in dem Prozess. Es geht ja um einen großen Prozess hier gegen die 68er. Einer der größten Super-Villains, die man seit langer Zeit gesehen hat. Also, ich hab's jedenfalls so verstanden. Nicht, dass er jetzt der Gute war und ich den Film verstanden habe. Ich glaub nicht. Also, kann man auf jeden Fall gut gucken. Ich hab angefangen, die Apple-Plus-Serie Teheran zu gucken. Auch die machte einen guten Eindruck. Bin aber noch nicht so weit fortgeschritten. Und hiermit verabschiede mich in die Werbung. Wir sind gleich wieder da. Mit allem Zuzugzwang. Bis dahin. Willkommen zurück zu Lach und Schachgeschichten. Jetzt hier von der Seite mit vollen Geheimratsecken. Und ich bin nicht mehr alleine, sondern wegen gewisser Verfehlungen in der ersten Stunde wurde mir jetzt hier Aufsicht ins Studio gesetzt. Es ist niemand anders als Fabian Krane. Höchstpersönlich. Fabian, was war falsch? Warum musstest du so eingreifen? Ja, offensichtlich hast du schlecht Schach gespielt. Das stimmt. Deswegen hab ich überlegt, komm ich mal vorbei. Und weil wir, glaub ich, noch zu wenig Werbung für Zuzugzwang gemacht haben, hab ich mir überlegt, und du das ja gerne das Format klein hältst, weil du ein bisschen Angst hast, dass das ein bisschen zu groß neben deinem Lach- und Schachgeschichten ist. Also ich seh da absolut jetzt einen internen Wettbewerb auch. Also Zuzugzwang hat ja viel Love gekriegt, Lach- und Schachgeschichten. Auch Mangelsinhalte hat sich jetzt noch nicht so etabliert. Hauptsächlich aber halt auch, weil ich sehr viel zensiert werde. Also deshalb ja, ich möchte jetzt nicht so viel erwähnen, aber deshalb bist du ja hier. Also Zuzugzwang, was ist das? Zuzugzwang ist ein Schachturnier für YouTuber, Streamer und andere Internetpersönlichkeiten wie Rocket Beans TV-Moderatoren. Und wer es nicht gesehen hat, wir haben ja schon im Sommer, im August, die erste Ausgabe davon über den Sender gejagt. Und ja, es ist die verflixte zweite Staffel, das zweite Album. Am ersten ist ja immer so, das erste Album, man arbeitet drauf hin, man hat ganz lange Zeit, man arbeitet im Untergrund, man macht da noch was und dann kommt man damit an die Öffentlichkeit und dann denken alle, wow. Und bei der zweiten Staffel ist es natürlich so, zweite Album heißt es natürlich, es hat sich gut verkauft, also jag mal einen nach. Also ja, es ist tatsächlich so, es ist so ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob du Flight of the Conchords gesehen hast. Also die konnten ihr ganzes Leben jetzt an den Jokes schreiben. Ja. Also in meinem Fall 28 Jahre lang habe ich mich vorbereitet, dann aufzugst du mal in die erste Staffel. Und jetzt sind wir hier drei Monate später. Meinst du, ich habe so Klassiker-Jokes wie G7, sage ich meiner Tochter, wenn sie im Sandkasten spielen muss, davon habe ich nicht so viele rumliegen. Also ich habe nichts Neues. Und dann hast du halt so ein Germain-Clement-Phänomen. Ja, du hast völlig recht. Aber auf der anderen Seite, es gibt auch keinen Grund, es nicht nochmal zu machen. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir tun es nochmal. Aber natürlich haben wir eure Kritik gehört. Wir haben alles fleißig ausgewertet. Wir haben gelesen, was hat euch beim letzten Turnier nicht gefallen. Und da kam ja so einiges zusammen auch. Und dann hat sich Jan hingesetzt, hat gesagt, Fabian, ich nehme mir mal ein, zwei Tage, hat sich in seinen Keller eingeschlossen und hat ein bisschen am Regelwerk rumgetüftelt. Und dann ist zu folgendem Ergebnis gekommen, diesmal machen wir alles anders. Was machen wir? Ist nicht alles genauso? Genau. Es ist alles ganz genauso. Und du kannst dir vielleicht nochmal beraten, warum alles ganz genauso ist. Hauptsache, weil sich jetzt auch keiner zu viel Gedanken drüber machen wollte. Aber nein, es ist, glaube ich, wieder ein K.O.-Turnier. Acht Teilnehmer. Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Es werden immer zwei Partien gespielt mit zehn Minuten plus zehn Sekunden. Danach eine Entscheidungspartie. Das heißt diskutierte Armageddon. Ja, Armageddon Gate. Wer erinnert sich? Armageddon Gate. Vielleicht magst du dazu nochmal ganz kurz sagen, warum ist das fair? Vielleicht müssen wir da auch so ein bisschen den Fehler bei uns suchen. Vielleicht haben wir es auch nicht richtig kommuniziert. Wir halten nach wie vor an dieser Lösung fest. Und wer sich da erinnert, Jan hat damals auch einen richtig langen Forums-Post gemacht. Ich glaube, der hatte die meisten Likes. Noch nie war ein Forums-Post so oft geliked worden. War aber so spezifisch, ja. Alles erreicht, alles erreicht. Also wirklich, keine Ahnung, wo das herkam. Auf jeden Fall, warum ist die Lösung, dass man nach zwei Zehn-Minuten-Partien plus zehn Sekunden Armageddon und wo Schwarz gewinnt, wenn René ist, also wenn Schwarz weiterkommt, wenn René ist? Warum ist das fair? Ja, wir können erstmal mal kurz erklären, was es ist. Sollte es eins zu eins stehen nach den regulären Partien, braucht man halt eine Entscheidung. Wir haben ja auch hier nur knappe Sendezeit, also Mini-Motorways mit Florentin und Fabian. Kann jetzt auch nicht den ganzen Tag warten. Deshalb gibt es dann eine Entscheidungspartie. Und dabei ist es so, dass beide Spieler fünf Minuten kriegen und bei einem Unentschieden hat Schwarz gewonnen. Da gab es viel Kritik, weil Leute sagen, bei Anfängern in den fünf Minuten kann Weiß doch nicht matt setzen. Das ist ein riesen Vorteil für Schwarz. Dem ist nicht so, denn beide Seiten können ja durch Zeitüberschreitung gleich gewinnen. Egal, ob jetzt eine Seite es schafft, matt zu setzen oder nicht. Das Unentschieden tritt ja nur ein in dem bei fortgeschrittenen Anfängern, sagen wir mal, sehr, sehr seltenen Fall, dass jetzt kein Material mehr übrig ist, um matt zu setzen oder dass eine Seite die andere Patz setzt. Beides passiert vielleicht in fünf, sechs, sieben Prozent der Fälle, ist also ziemlich vernachlässigbar und kompensiert damit den Vorteil, den der Weißspieler im Schach hat, anzufangen. Lange Rede, kurzer Sinn, es ist eine ziemliche Fifty-Fifty-Situation, diese Armageddon-Partie. Und deshalb eine faire Lösung, halt in zehn Minuten dann die Sendung auch fertig zu kriegen. Genau, und vielleicht da auch nochmal, was viele Leute ja erkennen, also zu dem Schachsport gehört ja die Zeit auch dazu. Also jemanden in einer bestimmten Zeit so zu dominieren, also dass quasi du noch mehr Zeit auf deiner Uhr hast als dein Gegner, also deine schnelleren, schlaueren Züge zu machen, ist ja auch Teil des sportlichen Wettkampfs so. Absolut, und es ist auch ehrlich gesagt so, dass der bessere Spieler sich fast immer zeigt in dieser Armageddon-Partie, wenn die Zeit nochmal knapper wird, wenn es mehr auf die Reflexe ankommt, mehr darauf, wer ein bisschen mehr Mustererkennung drin hat, wer vielleicht schon ein bisschen mehr online gespielt hat. Und das war, glaube ich, auch, obwohl es natürlich sehr knappe Geschichten war, im letzten Turnier so, dass wenn wir Armageddon hatten, nach meinem Empfinden sich meistens doch der Bessere da auch durchgesetzt hat. Also da mache ich mir nicht viel Sorgen drum. Aber erzähl du uns doch vielleicht, weil das, ich weiß es so halb, weil du es mir geschrieben hast, aber ich habe noch nicht so viel recherchiert. Wer spielt denn gegen wen? Wer ist dabei? Was gibt's Neues? Ja, also erstmal vergiss alle SMS, die ich dir geschrieben habe, weil es hat sich auch seit heute Morgen nochmal was geändert. Also alles, was von wegen Dienstagabend und so, das passiert alles nicht. Wir bleiben bei unserem ursprünglichen Plan. Wir werden ab morgen täglich um 12 Uhr eine Partie austragen, bis auf nächste Woche Freitag, den 20. Das Finale wird natürlich gebührend zur Primetime ausgetragen. Dann haben wir versucht, es geht nicht ganz auf, aber natürlich, um vielleicht auch mal aus redaktioneller Sicht ein bisschen Einblick zu geben, weil es interessiert die Leute klar, was passiert hinter den Kulissen, was denkt sich ein Fabian Krane dabei, ne? Was ist seine Vision dieses Turniers? Wir versuchen immer, eine Bohne mit einem externen Gast zu kombinieren. Das ist der Plan. Also es ist nicht mal der Plan, Eddie ins Finale zu kriegen? Nein, das hatte ich das letzte Mal. Spaß, Spaß. Das war letztes Mal der Fall, ne? Weil wir wollen ja auch, dass ihr euch gut mit Leuten committen könnt, dass ihr mitfiebern könnt. Und vor allen Dingen, wenn ihr den Gast nicht kennt, wenn ihr natürlich aus der Gast-Community seid, dann solltet ihr natürlich für euren Menschen fiebern. Und das war so ein bisschen der Plan. Und vielleicht können wir einmal auf den Turnierbaum, der jetzt aktuell Stand 11.11. um 13.10 Uhr final ist. Ich gucke noch mal ganz kurz auf mein Arbeitshandy. Nein, es hat sich nichts geändert, deswegen nehme ich das mal so hin. Und wir starten morgen, ich finde, mit einer Knallerpartie ins Turnier. Also wirklich ... Budi gegen Maxim spielen morgen. Budi gegen Maxim. Das ist schon mal super. Das geht schon mal mega los. Budi haben wir letztes Turnier nicht gesehen, aber er hat mir schon geschrieben, er ist heiß, er kriegt online nur auf den Sack. Das hatten wir alle schon. Aber er spielt schon. Er spielt schon. Sehr gut. Er spielt schon. Und Maxim kennen wir natürlich. Ich würde mal sagen, die Entdeckung des letzten Turniers. Sympathieträger. Einfach ein guter Typ, oder? Ja, erst mal liebe Grüße an Maxim Markov. Denn Maxim hat, wie auch ich, sich letzte Woche eine Hantelbank nach Hause bestellt. Kein Spaß, kein Spaß. Ist für uns Disco-Pumper eine wichtige Sache. Ihr wisst, die Fitnessstudios haben zu. Und Maxim und ich sind jetzt beide stolze Hantelbankbesitzer. Also, das heißt, er wird ripped sein. Es wird nicht leicht für Budi, der ja fleißig trainiert. Aber Maxim im letzten Turnier neben Matteo, ich glaube, das kann man fair sagen, der stärkste Spieler. Das war das vorweggenommene Finale. Maxim hat schon gezeigt, dass er Schach spielen kann. Russische Wurzeln. Also, das wird spannend. Mal gucken, ob Budi gut trainiert hat. Ja, das auf jeden Fall. Und dann gehen wir auch direkt weiter. Ich spring jetzt einmal ganz kurz in den ... Mach mal chronologisch hier. 13.11. 13.11. Freitag. Dann, das da sehen wir auf jeden Fall schon direkt eine, glaube ich, Knallerpartie. Weil wir haben zu einem Titelverteidiger, Matteo. Klar, von dem wir wissen. Auch er, er ist schlagbar. Also, das wissen wir schon. Er ist schlagbar. Er macht auch unter Druck Flüchtigkeitsfehler. Das haben wir gesehen im Finale. Aber natürlich der stärkste Spieler bisher gegen Triluxer. Triluxer ist ein Streamer, den ihr vielleicht aus diversen Among Us-Runden auch kennt. Und der auch Schach streamt ab und zu. Das heißt, ein geübter Spieler. Hat auch schon online gegen Matteo gespielt. Ich wollte gerade sagen, ich als Student von Matteos Lebenswerk, hat er nicht damals sogar verloren, das Match gegen Trilux? Ich glaube schon. Vor dem letzten Turnier? Ja. Ich meine auch. Aber das ist ... Ich dachte ja, ehrlich gesagt, ich hatte die Befürchtung, dass Matteo hier wie ein Butter durch dieses Feld fließen wird. Ja. Aber ihr habt da tatsächlich noch mal einen starken Gegner für ihn im Viertelfinale schon ausgegraben jetzt. Seine alte Nemesis. Genau. Dazu kommt ja auch, dass Matteo im Moment 48 Stunden am Tag Among Us spielt. Also ich glaube nicht, dass er sehr, sehr viel Zeit gehabt haben wird für Schach. So heiße Kirsche. Es ist eine heiße Kirsche direkt zu Beginn. Da könnt ihr euch wirklich drauf freuen. Ich freue mich schon sehr drauf. Hier ging es natürlich nicht ganz auf. Matteo betrachtet man einfach mal als Bono und Titelverteidiger. Da fiebert er natürlich gleich, seit er da am Start. Und dann geht es weiter am 16.11. Dann machen wir natürlich schön frei, wie sich das für ordentliche Rocket Beans Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehört. Ja klar, Wochenende kommt uns hier nicht in die Hunde. Da wird hier alles zugemacht. Und da sehen wir neue Gesichter im Schach-Universum. Einmal Ben. Ben ist eine Bohne. Ben ist Grafik-Dieser. Das heißt Grafik-Ben? Grafik-Ben. Grafik-Ben, kann ich doch. Ja, ja, ja. Guter Typ. Der spielt Schach, das wusste ich gar nicht. Der spielt Schach, genau. Ah, okay. Und er wird antreten, ja. Da ist Budi. Oh, höchstpersönlich. Budi, komm rein. Ich wollte nur sagen, dass ich Angst habe. Sehr gut. Tschüss. Maxim hat eine Handelbank. Was hast du? Ich habe noch nicht mal eine Bank. Alles klar, er hat noch nicht mal eine Bank. Das war Budi. Budi hat Angst. Aber man, das ist ja auch so ein bisschen das, was wir hören wollen. Die Leute sind schon, man munkelt. Es heißt, es heißt. Auf den Gängen wird schon getuschelt und geredet. Und deswegen können sich alle richtig doll aufs Turnier freuen. Nein, Ben gegen Reefd. Reefd, ein komplettes Neugesicht auf Rockbeams TV. Auch eine YouTuberin, die viel Among Us und Phasmophobia. So heißt das andere Halbspiel gerade? Ich glaube schon. Ja, ich habe Reefd schaffen schon ein bisschen studiert. Du hast mir die Namen ja schon mal geschickt. Und finde ich persönlich sehr gut, weil du weißt ja, ich habe auch ein bisschen Ambitionen, so ein bisschen in dieses YouTube-Twitch-Game und so reinzukommen. Aber mir fehlt das Vokabular. Und ich denke, dass ich davon Reefd sehr, sehr viel lernen kann. Ich habe so ein bisschen reingeguckt. Und sie kann bestimmt dann auch erklären, was so, keine Ahnung, wenn ich jetzt sage, das ist legit Monka-S oder so. Das verstehen alle Leute wie ich nicht. Aber ich glaube, sie hat absolut diese Sprache drauf. Und das wird auf jeden Fall ein neues Element. Ich weiß nicht, wie es schachmäßig aussieht, weder bei Reefd noch bei Ben. Also spannend. Ben, ich habe auch einmal gegen Ben gespielt. Ich habe ihn natürlich gnadenlos vernichtet, wie sich das für Elo 1550 gehört. Du bist ja praktischer Weg, das ist ein Spiel. Und also Ben ist in Ordnung. Ich würde sagen, er ist auf ähnlichem Niveau wie Matteo. Cool, aber das wäre schon ein Schock. Ja, ja, definitiv. Aber auf dem Niveau sehe ich ihn schon, wie das natürlich unter Zeitdruck aussieht, das steht auf einem anderen Blatt gegen Reefd. Da habe ich, wie gesagt, auch keine genaue Ahnung. Und dann zum Abschluss des Viertelfinal-Blogs nochmal ein echter Knaller. Daniel Schröckert gegen Annabelle. Annabelle ist Katerin bei uns. Und sie hat mir heute schon gesteckt, die beiden haben schon mal auf einem Flug gegeneinander gespielt. Ja. Also Annabelle ist dann diejenige, jedes Mal, wenn du sagst, hier, der Witz ist politisch unkorrekt, Jan war wieder nicht woke genug, muss raus, dann muss sie das rausschneiden oder was? Nee, das mache ich schon noch selber. Das machst du jetzt persönlich. Ja, ja. Nee, nee. Und, ja, nee, aber Annabelle, der traue ich, ich weiß auch nicht genau, sie kann Schachspielen, ich weiß nicht genau, wie gut sie ist, aber ich finde, Annabelle ist auf jeden Fall so eine Kandidatin, so ein Typ Überraschungskandidatin. Also sie selber zockt ziemlich viel, ist smart einfach und deswegen traue ich da auf jeden Fall eine Menge zu. Ich habe Hot Take. Erstmal muss ich vorweg schicken, ich bin sehr, sehr großer Daniel Schröckert-Fan. Ich finde alles, was er macht, super. Er ist ja auch Film-Guru schlechthin. Ich glaube, dass sein Charakter nicht gut zu diesem Schnell-Schachspielen passt. Weil ich glaube, er ist so ein nachdenklicher Typ, der jetzt noch mal alle Eventualitäten in Betracht ziehen will und so weiter. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, und ich hoffe, er straft mich der Lügen, dass er so wie bei Tobi Escher sein wird, dass er so lange versucht, den richtigen Zug zu machen, dass dann auf einmal die Zeit einfach weg ist. Ja, er hat mir auch gesagt, er hat dich schon angeschrieben, ne? Er wollte noch diesen typischen Eddie-Move-Nummer. Last minute, schick mir doch noch mal ein paar gute Eröffnungszüge. Hat er mich angeschrieben? Nee, er hat mich wegen was anderem angeschrieben. Ach so, okay. Aber dann kommt das bestimmt noch. Ja, 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 das ist nur so, das hier. Smalltalk vor den Tricks. Ja, also ich finde, da hast du Daniel schon relativ gut analysiert. Das kann echt gut sein, dass er da ein bisschen Probleme kriegen wird. Aber damit wird er umgehen müssen, würde ich ... Andererseits ist er, glaube ich, auch ein systematischer Typ, der vielleicht auch dieses Problem schon antizipieren wird, sich das da überlegen wird, wie er da reinkommt. Ich habe einmal, ich weiß nicht, wie heißt das Format, Endgegner oder irgendwas gesehen, wo es um Kinofragen ging. Und da hat er immer, wenn er sich die Antwort nicht ganz genau wusste, hat er sie gar nicht gesagt. Also ich glaube, er ist so Perfektionist, der dann halt nicht so dieses, ah, ich zock jetzt, ist ja plus EV für mich dringend, sondern schon genau wissen will. Also das nur charakterlich. Ich weiß nicht, wie gut er Schach spielt. War so ein bisschen meine Befürchtung. Zu Annabelle kenne ich gar nicht, muss ich gestehen. Kann ich nichts sagen, werde ich aber noch recherchieren. Willst du noch recherchieren? Ist auch große Filmkennerin, auch diverse Mal schon bei Kino Plus gewesen. Ah, okay. Und bei der Binge in unserem Serienformat. Habe ich sie vielleicht schon mal gesehen. Hast du sie vielleicht schon mal gesehen, genau. Ansonsten würde ich sagen, auch das mal wieder haben wir dann, schreibt gerne mal, wie ihr den Cast findet. Ich bin sehr glücklich und freue mich wieder über ein neues Gesicht, der alte Gesichter ist, finde ich, eine schöne Mischung. Ja, ich bin auf jeden Fall heiß. Also hier Herr Gardee höchstpersönlich jeden Tag als Host dabei. Er hat sich ein bisschen zurückgenommen, wie er selber sagt, um jeden Tag hosten zu können. Ich weiß nicht genau, was das heißt und ob da vielleicht auch ein bisschen Angst mitgespielt hat. Aber naja. Ich glaube, dass er auch, wenn er nochmal mitspielt, dann natürlich auch triumphieren will. Und vielleicht fühlte er sich noch nicht ganz bereit, muss er noch ein bisschen Zeit nehmen. Und nächstes Mal dann wieder als Teilnehmer. Aber ich freue mich auf jeden Fall. Also ich rede immer gerne mit Etienne über Gott und die Welt. Er ist auch tatsächlich gerade so ein bisschen im Katan-Fieber. Deswegen, Siegler von Katan will er gerade Pro werden. Deswegen ist er nicht ganz im Schach drin. Aber wie bist du, Siegler von Katan? Sehr ungeduldig. Also ich kenne es nur als Brettspiel. Ich weiß nicht, ihr habt bestimmt irgendeine Online-Version. Ah, okay, Brettspiel-mäßig. Ich schummel sehr viel beim Kartenehmen, also wenn es funktioniert. Und ansonsten, ich bin ein sehr, sehr schlechter Verlierer. Also ich bin dann so leicht desinteressiert, wenn es nicht mehr wirkt für mich. Versuchst du dann das Lächerliche zu ziehen. Also ich bin einfach ein sehr unangenehmer Mensch, weil sie spielen muss man sagen. Okay. Aber strategisch sehr, sehr gut natürlich. Ja, damit hast du dich auf jeden Fall sehr gut qualifiziert für diverse Rocket Beans-Katan-Runden mal. Schlechter Verlierer, davon haben wir einfach zu wenig hier im Haus. Ja, die kann man mal brauchen. Diese Farbe brauchen wir auf jeden Fall noch. Was gibt's sonst noch zu sagen? Ich glaube nichts. Wir spielen natürlich wieder über chess24.com. Ihr könnt bestimmt, aber ihr könnt immer mit dem Code Rocket Beans, glaube ich. 40 Prozent ist auf jeden Fall noch gültig bis Ende November. Ist so, genau, so oder so. Und ja, mal schauen. Und dann, ihr entscheidet, also wir zusammen bringen das jetzt auf den Weg, damit das nächstes Jahr richtig fett wird. Also noch fett. Weil wenn dieses Turnier groß wird, dann kann ich mir vorstellen, dann gehen wir damit nächstes Jahr an die Börse, oder? Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Also ich würde es ungern sehen, dass das Turnier so groß wird, dass wir jetzt irgendwie Vorarbeit leisten müssen. Also ich denke, so weit sollten wir es nicht kommen lassen. Mehr als zwei, drei SMS im Vorfeld. Mehr Arbeit soll es nicht werden, ne? Wir sollten es bitte nicht übertreiben. Aber sonst, ganz ehrlich, ich freue mich. Also letztes Mal hat es großen Spaß gemacht. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen diesen Überraschungseffekt nicht mehr. Oh, der Schachspieler ist ja ein halb normaler Mensch und hat auch zwei Filme gesehen. Also dadurch fühle ich mich jetzt irgendwie ein bisschen unter Druck natürlich. Ebenso wie durch diese Kameraperspektive von der Seite. Ich weiß nicht, wie lange ich hier den Bauch noch einziehen kann. Aber ich freue mich trotzdem sehr drauf. Und ich glaube, es wird ein spannendes Turnier. Vielen Dank natürlich auch an dich für das Zusammenstellen. Dieses, ja, ich finde es sehr interessant, Teilnehmerfeld ist. Ich freue mich hier, dass Budi dabei ist. Hier höchstpersönlich schon seine Angst bekundet. Die beiden Stars vom letzten Mal dabei. Also, ja, wird, glaube ich, eine spannende Geschichte. Ich glaube auch. Wird man deine Tochter sehen? Ähm, weiß nicht. Soll ich sie mit ins Studio bringen? Ja, ich weiß auch nicht. Aber, äh, also, falls wir noch mal den Erfolg anknüpfen können. Also, ich hab ja so bei deinen anderen Streams gesehen. Das ist ja dein letzter Ausweg jetzt mittlerweile. Wenn nix mehr geht, dann ziehen wir die Kinder vor die Kamera. Auch mal neue Insta-Strategie ist jetzt einfach. Nur noch Kinderfotos. Solange sie cute sind. Ja. Ähm, ja. Ach, du liebe Zeit, Jan. Ähm, ja. Ähm, okay. Gibt es nicht. Sonst hab ich halt das eigentlich gesagt. Ja. Also, mein Beth Harmon wird's euch nicht machen. Nee. Kann ich nicht bringen. Tut mir leid. Ähm, was gibt's sonst? Wollen wir noch ein bisschen Schatz spielen? Wenn du schon mal gehst. Ja, komm. Letzte Partie. Gleich ist Schluss. Eine spüren wir noch. Ähm, gegen ... Irgendwann will ich ja auch noch mal bei Zugzwang antreten, ne? Bist du nicht zu gut? Also, wir müssen ja ... Eigentlich ist das ... Die ganzen Zugzwang-Turniere sind ja nur ein Vorentscheid, wer jetzt gegen Professor Kraner antreten darf, oder nicht? Ja. So seh ich's eigentlich. Also, bisher hast du ja ... Schaust du ja so von deinem Thron an. Aber wenn so ein Matteo jetzt da noch ein bisschen zulegt, dann denk ich ... Ja, ja, ich glaub auch. ... krieg uns vielleicht doch. So, was machen wir? Machen wir Hand and Brain, sagst du mir, welche Figur ich ziehen soll? Du bist sozusagen mein Brain? Oder wie machen wir das? Äh, ja. Okay, was soll ich tun? Äh, ja, Bauer. Bauer, okay, komm hier. Äh, okay, 1500, das kriegen wir hin. Ja, weiß man nicht. 1500 heißt meistens grad frisch angemeldet. Stimmt, ja. Kann also alles sein. Kann alles sein. Kann auch Magnus Carlsen sein, der sich grad angemeldet hat. Ja, damit hab ich schon schlechte Erfahrungen gemacht. Anonymen Magnus Carlsen. Ah ja, sorry, sorry. Das war schon wieder geschummelt. Entschuldigung. Ähm, okay. Wie nennt man die Öffnung? Bisher ist das sizilianisch. Eher so geschlossenes sizilianisch. Also so langweilig sizilianisch. Ähm, Springer? Na komm. Die Springer erst, die Läufer dann. So fängt man die wirklich an. Ich hab auch keine neuen Schachsprüche. Ich muss noch ja, welche neuen Schachsprüche googeln wir jetzt für die Staffel. Ja. Bauer. Bauer. Komm, nehmen wir den hier. Was ist mit Mitte besetzen? Mitte besetzen ist gut, aber erst mal Läufer 4 und Kettieren. König weg. Ja, stimmt. Ist natürlich auch sehr sehr gut, ne? So, wie man's macht. Sizilianisch wird man ja dann umgekehrt das auch machen auf C3, ne? Äh, B3. Und dann Läufer da. Das ist ja sogar der erste Zug sizilianisch, oder nicht? B3? Mhm. Nee, sizilianisch ist typischerweise Bauer nach E4, Bauer nach C5. Das nennt sich sizilianisch. Und danach kann's in alle möglichen Bereiche gehen. Und dann haben wir wieder Fachbegriffe für, je nachdem, wie die Untervariante heißt. Aber weiß kann natürlich auch den Läufer 4 und Kettieren. Ja, Läufer hier, ähm, G7. Äh, jetzt steig nicht mal mit der Maus drauf, Jan. Sorry, sorry. Ich kann nicht mehr frei denken. Naja, das geht nicht nur dir so. Diese Zensur hier, das ist hier meine kleine Rache. Das ist dein täglich Froh, ne? Bauer? Ach nee, wir hätten rochieren können, ja. Egal. Nächstes Mal bitte dann rochieren, ja? Okay, ich geh mir ein Mühe. Jetzt müssen wir ja erstmal hier im Zentrum versuchen, ein bisschen Druck zu machen. Was hältst du von D4? Ja, er ist erstmal drei. Ich vermute, er wird hier unseren Bauern schlagen. Sonst könnten wir expandieren tatsächlich mit Bauer vor. Oder hier schlagen, einige Möglichkeiten. Ich vermute, 2, 4, 0, 7. Wärts das nicht so leicht machen. Naja, mal schauen. Gucken. Sonst, was gibt's so Neues in deiner Welt? Was sind die großen Dinger im Moment bei Rocket Beans? Woran arbeitest du? Wir wissen alle hier. Sind Busy-Zeiten. Was ist da los? Es sind Busy-Zeiten. Achso, du sagst. Ja, Bauer, sieh vor, sieh vor. Der stört uns da jetzt erstmal nicht. Ja, ich bin ja, ich spiel viel Brettspiele auf Rocket Beans TV. Da gibt's natürlich, jetzt war die weltgrößte Messe und da kamen eine Menge Neues Spiele. Ich muss grad viel spielen. Viel spielen, 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 spielen. Damit ich meinem Ruf natürlich auch gerecht werde. Das gibt's Neues. Dann plane ich natürlich weiterhin die große Katapult-Show für Sommer 2020. Zwei Teams, jeder baut einen Katapult, wer weiterfliegt, gewinnt. Ist das dann auch so mit Burgen, ist das so Game of Thrones-mäßig, dass die Katapulte einfach vor die Burgmauern gestellt werden, dass sie leichter angreifbar sind? Ja, das ist so das Advanced-Mäßig, wenn wir genug Sponsoren kriegen, dann können wir das so machen, ansonsten nur das Katapult. Okay. Also das Katapult wird dann von Florentin Will gebaut in seinem Labor oder wie? Ja, und sein Team, also es gibt dann so zwei Teams. Man kann auch ein externes Team machen und die kommen dann in so einen Container auf so ein Feld und dann bauen die halt eine Woche lang an dem Katapult und dann wird am Ende in einer großen Show von Steven Getjen moderiert entschieden, wer das weiterfliegt. Finde ich eigentlich kein schlechtes Format. Als ein Verbesserungsvorschlag hätte ich noch. Anstatt dass Steven Getjen entscheidet, welches weiterfliegt, würde ich vielleicht einfach messen. So, Herr Springer, hast du gesagt? Äh, ja, Springer, ich tue mich so schwer mit Reden und gleichzeitig gut spielen. Ja, dann auf, dann auf. Als nächstes, das kannst du dir schon machen, ne, ich muss ja erstmal abwarten, was er macht. Naja, irgendwas wird er schon machen. Irgendwas Blödes wird er schon, irgendwas richtig Bescheuertes wird er schon machen. Weißt du, was ich gleich mach? Nach Hause gehen? Nein. Das wird nicht zu deinem Bild von mir passen. Ich bin doch mehr Hipster, als man so denkt. Und zwar habe ich für die Familie ein Lastenrad gekauft. Das ist so ein E-Bike mit so einem fetten Korb vorne, wo ich meine Kinder reinsetzen kann. Ja. Und das gehe ich gleich abholen und werde es von Appendorf, da habe ich es gekauft, zu mir aufs Dorf fahren. Das wird eine Stunde dauern. Aber ich bin sehr, sehr heiß auf mein neues Lastenrad. Nennt man das nicht, ich glaube, Eddie hat es in seinem letzten Moment darüber komplett abgerantet. Das wundern mich nicht. Ich hatte mit Eddie neuschen Streit über Tonyboxen. Auch eine sehr gute Sache. Was ist Tonyboxen? Die er auch gedisst hat. Sind das einfach Aufbewahrungsboxen? Nee, Tonybox ist im Prinzip ein CD-Player für Kinder. Nur dass die CDs in Form von lustigen Spielfiguren sind und sie sehr, sehr teuer sind. Du zahlst 15 Euro für so einen Tony und stellst ihn dann da drauf. Aber meine Tochter kann ihn selber bedienen. Also ist die Tonybox eigentlich meine einzige Hoffnung, von sieben bis acht schlafen zu können. Schlagen? Ähm, ja. Jetzt hätte er seinen Springer eingestellt und geopfert. Ja, ja, ja. Er hat sich hier völlig, völlig verkantet. Achso, okay, du bist gar nicht mehr dabei. Okay, ähm, ja. Und das, Tonybox. Tonybox, ich glaube, Eddie hat auch eine, ist aber kein Freund. Und Lastenrad, ähm, ich muss gestehen, es war nicht ich, der das Thema, nach vorne. Wegen der Optik gab's auch andere Interessen in meinem Haushalt noch. Aber ich glaube trotzdem, dass es grundsätzlich eine gute Sache ist. Ja. Bin sehr gespannt. Aber ich vermute auch, dass es wahrscheinlich sehr, sehr viel Streit mit Herrn Gatti geben wird. Ich werd's jetzt erst mal testen. Ja. Ja, ja, vielleicht, du kannst ja, du weißt ja, bei wem du dann irgendwie suchen musst, wenn du dann nächste Woche mit deinem reifen, zerstochenen Babo unter der Tür stehst, ja. Wo du dann suchen musst. Ich werd's immer hier ins Studio fahren. Ja. Aber da könnten wir auch noch drüber nachdenken, eine Show aus einem Lastenrad, ist das was? Könnte ich mir gut vorstellen. Also man kann ja bestimmt hier auch diese Hightech-Kamera, mit der hier die Sendung macht, die kann man bestimmt auch in den Korb da reinpacken, oder nicht? Schachspielen im Lastenrad? Irgendwie sowas. Ja. Ach so, wir haben das Figurenansagen immer nicht so durchgezogen, ne? Sind wir dran? Warte mal ganz kurz. Springer? Ja, komm. Ach so, wir hatten die, ja, klar. Ich weiß, was wir gleich machen. Was machen wir? Dame? Oh, die Show ist gleich zu Ende. Wir dürfen ja bestimmt zu Ende spielen. Wir machen die noch kaputt. Vor 14 Uhr habt ihr gedacht. Dame? Haben wir doch Zeit, oder? Dame hab ich gesagt. Ach, Dame hast du gesagt. Sorry, sorry, sorry. So, nehmen wir noch weg. Da steht Ende. Sind wir noch live? Wir sind noch live, auf jeden Fall. Also du hast gesagt, du arbeitest an der großen Katapult-Show, was ja aber gelogen war. Dann hast du gesagt, du spielst viel Brettspiele. Was war aber. Was wahrscheinlich stimmt. Was ist noch so los? Was ist sonst noch so los? Dann gibt's noch ein, zwei Projekte, über die ich noch nicht sprechen darf. Weihnachten. Weihnachten ist ein geile Projekt. Ich plane nämlich Weihnachten. Okay. Und, äh, ich muss ganz kurz, ähm, Läufer. Sehr gut. Da kommt er hin. Da kommt er hin. Ja. So soll es sein. Wie ist das Weihnachten dieses Jahr? Ähm, halb ernst gemeinte Frage. Meine Mutter hat mich ausgeladen. Das wäre schon mal gut. Aber dahin geht auch meine Frage. Wir wissen es ja noch nicht genau, wie es jetzt ist. Die Entwicklung ist die nächsten zwei Monate. Aber kann man im großen Familienkreis Weihnachten feiern? Hm, ich würde, ich würde eher sagen, Leute, also, ne, das ist natürlich auch ein Privileg, zu sagen, ich entscheide, wie ich Weihnachten feiere. Aber ich würde sagen, nutzt doch mal die Chance und revolutioniert das Weihnachtsfest. Denkt euch mal was Neues aus. Ihr seid so eingefahren in dieser Tradition. Einfach mal was Neues ausprobieren. Ah, vielleicht, ist das eins deiner Geheimprojekte? Ja. Mini Weihnachtsfest mit Fabian und Florentin? Ja, sowas zum Beispiel. Zoom-Call? Ja. Wir überlegen uns schon, wir schicken uns beide so gegenseitig Pakete und die packen wir dann im Zoom-Call aus. Das war der Plan von Florentin und mir. Das klingt auf jeden Fall. Ja, also, würde ich jetzt nicht gucken, aber finde ich trotzdem eine schöne Idee. So eine nette Geste, oder? Ja, ja, absolut, absolut. Ja, und woran ich natürlich noch arbeite, ist an einem wöchentlichen Sendeslot für Mini-Motorways oder was wir sonst so immer spielen. Aber da werde ich quasi jedes Woche auf was Neues vertröstet. Deswegen ist das auch so ein langes Erfolg. Gibt's noch Leute über dir hier in der Rocket Beans-Hierarchie? Für mich bist du ja die letzte Instanz sozusagen. Ja. Gibt's da Leute, die dir sagen, nee, Herr Krane, Ihr Vorschlag hier für ein neues Let's Play wurde abgelehnt. Wir wollen mehr Brettspiele. Ja, das gibt's tatsächlich. Du solltest auch mal dein Glauben darin, dass ich die letzte Instanz in diesem Sendawir wäre, darüber denken. Dann kommst du vielleicht auch weiter. Ah, okay, okay. Na, mit Eddie hab ich's mir jetzt ja verscherzt mit dem Lastenrad. Ich glaub, mit Verlinks, wie wichtig ist der? Mit dem bin ich noch on good terms. Der ist Redaktionsleiter. Der steht noch über mir. Okay, über dir, aber steht er über den Gesellschaftern? Wie sind da die Kraft? Nee, er steht unter den Gesellschaftern und über links steht nochmal der Sendeleiter. Der Sendeleiter, okay, wer ist das? Michael Petresco, hast du den schon mal kennengelernt? Den kenn ich, glaub ich, nicht. Ja, ähm, sieht man auch nur ganz selten, wenn dann im Anzug. Also wichtig genug, dass er nicht mal reinkommen muss? Genau. Okay. Und, ähm, ganz oben steht, ähm, Rikon, das ist der Bürohund hier. Der entscheidet quasi am Ende alles. Ah, ich dachte hier, Arno ist Schiff. Ja, ja, nee, nee, stimmt. Ich glaub, die Sendung ist auch vorbei, ne? Also, erstmal bleibt bei meinem Plan, mich an Eddie reinzuschmeißen. Das heißt, ich muss ihm das Lastenrad verheimlichen wahrscheinlich? Ja, das solltest du schon erstmal nicht erwähnen. Mhm. Andreas, werde ich meinen Witz vorstellen, den du mir verboten hast, aber ihn gut findet auch nicht. Genau. Und dann sehen wir weiter. Wir sehen uns morgen, 12 Uhr mittags, falls ihr das hier live guckt. Falls ihr das nicht live guckt, dann zieht euch Zugzwang-Staffel rein. Staffel zwei rein. Ähm, es war wieder ein Fest für die ganze Familie. Ganz kurz. Laut Fabian Krane für die ganze Zwei-Menschen-Familie. Ähm. Was siehst du morgen an? Morgen, ich weiß nicht so genau, Kapuzenpullover? Kapuzenpullover, solide. Könnt ihr euch drauf freuen. Was für ein Kapuzenpullover? Dazu müsst ihr morgen einschalten. 12 Uhr, Zugzwang, Staffel zwei. Und ich, ähm, warum modere ich ab? Hier ist ja dein Format. Machen wir selber. Ich war schon lange durch, aber dann kamst du mir was im Moment. Tschüss.